Die Maps hat es damals schon gegeben bei, äh, wie war es denn, bei, ähm, wie jetzt geheißen. Modern Warfare 1 hat es die Maps schon gegeben, da hat es ganz andere Mods noch gegeben, da waren die Maps auch ziemlich groß. Scrap-Yard-Zombies. DC of Doom. Mod-Menü. Komm rein damit, ne? Fabrik der Untoten, die habe ich. Verrückt Remastered, die habe ich auch. Killers-Z habe ich nicht. Aber das ist, glaube ich, nur, ja, das ist eine, das ist eine Multiplayer-Map. Battle at Atlassan. Mob of the Dead. Man kann einer Seite auch eine Zombieser machen. Ähm, das habe ich jetzt gerade auch alles gecheckt. Hm. Gibt es denn da noch? Cold-Blooded. The Defender. 3 Windows. 3 Windows? Das ist so wie die 1-Window-Challenge, oder? Gunshot. Donkey Kong. Nacht der Untoten. Der ist cool. Remake. Die habe ich. Minecraft V.1, V.2. Vortex. Demon Defender. Crossroads. Hedgegarten. Rabbit. The Simpsons House. Death Run. McDonald's. Advanced Test Map. Free Perkaholic. Das ist ein Mod. Swamp. Swamp. Amt der Untoten. The Simpsons Springfield. City of Doom. Ja, aber ich halte meistens von den Maps fern, in dem Sinne, die was nicht mindestens 3 oder 4 Sterne haben. Weil das sind, das sind die, die was wirklich super sind. Nacht der Untoten Remake. Bild 085 Night. Sonne. Wer ist denn mit Skigebiet jetzt eigentlich? Ist es Skigebiet? Ich wäre für Skigebiet. Ja, können wir spielen, ist Skigebiet. Warte mal. Skigebiet. Das hat einmal 0 Sterne. Ja, können wir mal spielen. Ich abonniere es einmal. Für Gigsonzen. 1,2 Gigabyte. Impossibru. Impossibru. Was zur Hölle? Da ist man ja komplett auf Aids. Ja, ich weiß nicht, was mache. Was mache, da machen keine Ahnung. Manche hat sich echt das Gehirn rausgeschossen, glaube ich. Wir machen Maps. Ich weiß nicht, was die machen, was die saufen, was die rauchen und was die nehmen. Ziemlich viel, glaube ich. Die waren, glaube ich, schon in der Kuschfabrik. 1 Inch of Purple Apple and 2 Inch of Alabama Kusch. Sie haben sich halt von der Kuschfabrik inspirieren, sagst du. Nee. Du bist müde, Jan? Ja, ich weiß, dass mein Screenscreen ein bisschen laggy ist. Das ist ein bisschen gerade nicht passt. Ist mir, ist mir. Sehe ich. Ist mir Latte. Nein, ist mir nicht ganz Latte, aber ich sehe es. Ist ein bisschen. Stört aber irgendwie nicht. Naja, es stört ein bisschen schon. Mich nicht. Sollte jetzt besser sein. Nee. Aufrechterstimmen, Verzögerung. Ich bin ein schlaues Kind. Aber jetzt soll es besser sein. Ja, ich warte noch auf die Verzögerung. Äh. Okay. Okay. Was sagt er dann? 800 mp haben wir ja schon. Ich habe schon zwei Maps runtergeladen. LOL. Ich habe genau den gleichen Download Speed wie du. Ja, ich habe meinen gedrosselt. Das ist der Unterschied. Ja, trotzdem habe ich genau den gleichen wie du. Ich habe da auf dem Rechner genau 6 mb und 6 mbits down und ich habe auf dem Rechner 6 mbits down. Zusammen sind das 12 mbits, was ich normalerweise habe. Aber ich habe geteilt 6 da, 6 da und das teile ich durch einen Router auf. Ja, weil dann sind beide Rechner gleich ausgelastet und dann funktioniert das auch super. Dann hast du nie Probleme beim Upload und beim Download. Also ich brauche mal wieder so ein Voll-HD-Film down mit 50 gigabyte, also mit 30, 40 gigabyte, dann nehme ich schon die 12. Dann steige ich mal auf die andere Leitung, also auf die andere Setup, weil dann braucht man das mit 5, mit 6 mbit, braucht man das dann einfach etwas zu lang. So, so heruntergeladen, das Skigebiet. Schrott abspielen. Skiii, vorn, 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 vorn. Skiii, vorn, ja, 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 Skiii. Na, Mädels, im Hintergrund, alle Süd, geht die Kriegsmarine? Ich weiß nicht, ob ich die Maps runtergeladen habe. Ich leide gerade ganz schön viele Maps runter. Guck mal nach, ob ich die habe. Das wirst du jetzt sehen, weil ihr lautet das Gesamtpaket runter, Mensch. Und wenn es so mehrere runterladet, sind das zum Beispiel, so wie ich das letzte Mal, ich habe so 6 gigabyte runtergeladen. Seht nur, Workshop, 6 gigabyte, fertig. Mehr steht da nicht. Bei mir lädt ihr die einzelnen runter. Okay. Okay. Vielleicht habe ich die noch nicht. Ich weiß nicht mehr bei mir online. Läuft auf jeden Fall. Hast du schon gesehen? Ich habe ein Nuclear gemacht. Muuu. Bei mir hat es gesagt, dass... In was? In FFA. In Free for All. Toll. Da habe ich ein Nuclear gemacht. 30 Kills ohne zu sterben. Such dich jetzt erstmal. Mir hängt sich gerade mal Steam auf. Steam ist glaube ich... Ach, deswegen sehe ich dich nicht. Ich glaube, Steam gehört nicht so richtig. Steam ist wieder sauer. Bitch. In diesem Moment würde ich jetzt einen Zor aufrufen, aber da bei Zor meistens Musik dabei ist, zu 90 Prozent, lasse ich das. Der Zor-Moment. Ja, Steam. Steam Client Booster Failed. Steam diese Bitch. Stabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabstabst tableclient Booster Failed. Hoban Gorazone H셨�oneic in der Gardensc ernst lässt. Okay. Deutsche Kriegsmarine, das ist nicht sexy, das ist die Deutsche Kriegsmarine. So schaut es aus. Bismarck, Prinz Regen, das sind jetzt zwei U-Boote und das ist die... Nein, das ist jetzt U-Boote und das sind die zwei... Nein, das sind jetzt zwei U-Boote und das sind die... Äh, wär's zu schnell. Die kleine, der kleine Zerstörer, der Ding darf flotten. Äh. Naja, jedenfalls wird die Ding halt oben noch. Die Kraft Zeppelin. Der Flugzeugträger. Ist da etwa ein Pantyshot zu sehen? Was? Nix. Die Windmühle der Toleranz? Nein, ähm... Machen wir's mal so. Ach, der Jan. Pantyshot ahoi. Pantyshot ahoi. Mh... 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 Aber zu deiner Info sind... Pantys... Ne, es sind keine Pantys. Das ist eher mehr Slipcar Panty. Ja, trotzdem... Egal. Egal. Schrottobs 3 spielen. Schrottobs 3 spielen. Wenn's Game mitspürt, oder wenn's Steam mitspürt. Was sieht's überhaupt aus mit Steam Server? Okay, Steam mag mich aber. Steam mag mich nicht. Steam kein Bootstrapper reagiert nicht. Sonst habe ich nichts installiert, großartiges, oder? Hm, Battlefield, wie spät ist es denn jetzt überhaupt? 23 Uhr in dem Sinn gleich. Okay, soll ich da nochmals anfangen? Nein, Internet ist nicht zu schwach. Das ist einfach Steam. Steam die Hure. Tun wir es nochmal. Okay. Ja, wir sind nicht mit 20.000, 17.000, wir sind mit 20.000, was? Okay, Steam mag mich irgendwie nicht. Ja, dann kann ich das. Chit Scheiße. �. Jetzt kommen wir ins Battlefield 4 hin. Schauen wir mal, ob da noch was geht. Ich hasse Steam hin und wieder.